Hi, ich bin die Lilly und ich zeige euch heute mal so ein bisschen, wie ich Lieder schreibe. Es ist einfach eine unglaublich coole Art, sich auszudrücken, Sachen von der Seele runterzuschreiben oder auch kreativ zu sein. Vielleicht habt ihr dann auch mal Bock, was eigenes zu schreiben. Das coole ist beim Liederschreiben, es gibt unendliche Möglichkeiten und es gibt keine Regeln. Das Schwierige dabei ist, seine eigene Art zu finden oder daraus zu finden, wo man scheitern kann, aber trotzdem nicht deswegen aufhören muss, Lieder zu schreiben. Einer meiner Lieblingsstrategien, um auf einen Text zu kommen, ist, ganz blöd gesagt, einfach mal das zu beschreiben, was ich vor mir sehe. Ich habe einen Liedtext, da ist der Refrain, I see the way you're looking at me, ich sehe, wie du mich anschaust. Und dann auf einmal fällt einem ein, okay, wie ist der Blick, ist das cool oder ich will mich lieber verziehen, weil derjenige guckt mich böse an. Und in dem Moment war es aber eigentlich ein schöner Blick und deswegen war das ein, see the way you're looking at me, stop, 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 stop the moment, weil der Blick so schön ist. Und dann kam dieses Lied raus, so ein bisschen, see the way you're looking at me, stop, 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 stop the moment, don't wanna go anywhere else. Und schon hast du einen Refrain. Eigentlich braucht es gar nicht so viel dazu, mal ein Lied zu schreiben, deswegen wäre ich jetzt tierisch neugierig drauf, was ihr denn so machen würdet. Deswegen reicht doch mal was ein und macht mit bei Pics4Fees. Das ist eine super coole Sache und ich bin gespannt, was ihr so macht. Das ist eine super coole Sache. Bis zum nächsten Mal.